Hi, wie schön, dass Sie da sind. Wenn Sie hier auf meiner Seite sind, dann wahrscheinlich deshalb, weil Sie auf der Suche sind nach dem Schalter, der Ihnen endlich den Durchbruch in Ihrem MLM-Geschäft ermöglicht, nachdem Sie schon lang gesucht haben und von dem Sie schon lang geträumt haben. Und ich habe eine super gute Nachricht für Sie. Sie können aufhören zu träumen, denn es gibt eine andere Möglichkeit. Ich habe einen anderen Vorschlag für Sie, nämlich eine Strategie. Und diese Strategie funktioniert tatsächlich. Man möchte doch auch nicht ewig auf seine Erfolge warten, oder? Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin Mutter von zwei Kindern. Die Kleine ist sechs Jahre alt, der Große zwölf Jahre alt und die werden jeden Tag ein bisschen älter. Und ich habe viele Freunde und Bekannte in meinem Umfeld mit Kindern und ich sehe das die ganze Zeit. Ja, der Job, die Doppelbelastung zu Hause, dann meistens zwei Verdiener, es reicht trotzdem noch nicht so ganz. Ja, dann manchmal die Strategie, okay, ich versuche durch ein MLM-Geschäft, ja, da ist die Lösung, endlich ein Zusatzeinkommen zu kriegen, damit jetzt endlich die Zeit da ist, um wirklich dieses Leben zu genießen. Ja, und meistens stellt sich das dann heraus, dass das nicht so einfach ist. Vielleicht sollte ich mich mal vorstellen an dieser Stelle. Mein Name ist Claudia Heilmeier. Ich bin seit über zwölf Jahren Teamcoach, Kommunikationscoach, Persönlichkeitstrainerin, Businesscoach und ich bin Attraction-Marketerin. Und ich bin auch Überzeugungstäterin. Ich bin in einem amerikanischen MLM-Geschäft selbst tätig. Naja, und da habe ich so einiges beobachten dürfen. Die meisten starten in dieses Geschäft, ohne überhaupt eine Strategie wirklich zu haben. Es gibt so ein paar Vorschläge. Schreib eine Liste und dann machst du Anrufe und dann lädst du ein und dann beginnt man die ersten Anrufe zu machen, ja, mit dem Gefühl, oh Gott, der Hörer wiegt 100 Kilo, okay. Und man hofft und bangt, maybe this time I'll be lucky, maybe this time he'll stay. Ja, und auf dem Weg schafft man vielleicht auch so seine ersten Partner ins Geschäft reinzuholen, ja. Und dann hat man sie endlich drin und dann stellt sich heraus, dass die meisten Partner aber nicht das duplizieren können, was man da selber geschafft hat. Und es wird sehr, sehr zäh und die meisten Leute fangen jetzt an, durchzuhalten und zu versuchen, sich selbst zu motivieren, ja. You can get it if you really try. You can get it if you really try. Yeah, you can try. Try and try. Try and try. Aber mehr als ehrlich, wie lange schafft man es, sich selbst zu motivieren, ja. Wie gesagt, die Kids werden älter, die Zeit verfließt. Man möchte ja auch vielleicht Zeit für ein Hobby haben, man ist ja Mensch, man möchte leben, ja. Und es ist eigentlich völlig normal, dass an diesem Punkt die meisten Menschen langsam einknicken und beginnen aufzugeben. Und das ist wirklich traurig und es muss nicht sein. Das ist wirklich die Wahrheit. Es gibt nämlich zwei Probleme, die man knacken muss, ja. Als allererstes sollte man vielleicht mal lernen, wie man seinen Interessenten nicht hinterher rennt, sondern man sollte lernen, sie anzuziehen. Ja, Sie kennen das, das Gesetz der Anziehung. Das ist aber kein Hexenwerk, ja. Das wird normalerweise so als so was ominös Spirituelles behandelt. Und da werde ich immer so ein bisschen sauer, weil in Wirklichkeit sind das Strategien, ganz konkrete Schritte. Und wenn man nur lernt, wie diese konkreten Schritte funktionieren, dann kann das eigentlich jeder nachmachen, okay. Es ist kein Zufallsprodukt. Und der zweite Punkt ist, wenn man dann ein Team hat, dann sollte man wissen, wie man ein Schlafmützenteam in ein Winning Team verwandelt, ja. We are the champions, my friend, ja. Man will doch nicht ewig an sein Team ranbeten, sondern man möchte ein Team mit Durchschlagskraft und Durchsetzungsvermögen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Sie wiederum Ihrem Team, wenn Sie dann eins haben, beibringen können, wie das funktioniert. Nämlich neue Partner anziehen, statt Ihnen hinterher zu rennen. Ja, und man sollte vielleicht auch wissen, wie man die anspricht und begleitet und mit Ihnen kommuniziert, damit das auch wirklich funktioniert. Und jetzt hier die ultimativ super Nachricht. Hier bekommen Sie von mir 10 gratis, kostenlose Tipps zum Thema Teamführung. Wie begleiten Sie Ihr Team, sodass Sie nicht einpennen. Und darüber hinaus bekommen Sie ein gratis Online-Seminar darüber, wie das mit diesem Attraction Marketing funktioniert. Wie Sie lernen, online Ihre Partner anzuziehen. Und jetzt müssen Sie nur noch eins tun. Und dabei kann ich Ihnen jetzt nicht helfen. Sie müssen sich eintragen in diese Liste, damit Sie diese 10 Videos bekommen und damit Sie dieses Online-Seminar bekommen. Das ist das Einzige, was Sie jetzt noch machen müssen. Also, nur Mut und jetzt klicken und eintragen. Ja, Sie sind ja immer noch da. Haben Sie noch nicht geklickt. Wirklich, ich kann das nicht für Sie tun. Das Einzige, was ich Ihnen noch versichern kann, ist, dass ich gut mit Ihrer Adresse umgehen werde. Ich werde die nicht weiterleiten. Ich werde Sie hüten. Und ja, ich bin hier, um Sie zu unterstützen. Und jetzt müssen Sie einen kleinen, kleinen Schritt gehen und da Ihren Namen eintragen und in Kontakt mit mir treten. Und ich schwöre, ich beiße Sie nicht. Okay? Also, fassen Sie sich ans Herz und treten Sie in Kontakt mit mir und sagen Sie Hello again. Oder wie auch immer. Also, bis hoffentlich ganz, ganz bald. Ihre Claudia Heilmeier